Hier ist Johannes. Johannes, willkommen. Guten Abend. Gut durchgekommen, mein erster Herr. Jawohl, bin ich. Super, was darf ich tun für dich? Ich habe eine ganz einfache Frage. McDonalds oder Burger King? Das ist meine Frage. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Keine Schleichwerkung, bitte selber kochen. Ist auch wesentlich gesünder. Alles Gute und frohe Ostern, junger Mann. Bis dahin. Tschüss. Sie sehen, liebe Zuschauer, auch generell, was ist gesünder für Sie? Jederzeit sehr, sehr gerne. Ja, gesund essen, gesunde Ernährung ist wichtig. Und bitte nicht auflegen. Beratungslücke vorhanden. Wer schließt sie mir im Osterblitz?